Ich bin hier schon manchmal gekommen. Ach, da war's dringend. Wow, du gehst da weiter runter. Götti. Götti. Spät. Was machst du? Machst du dich in deinem Auto? Nein, kann ich nicht. Nein, ich mache die Kappeln. Oder einfach Kappeln. Nein, Kappeln. Ich will nicht. Ich will normal gucken. Ich gehe aber nicht. Das weisst du, Papi. Ja. Los. Wow.